Wuhuuu! Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich glaube, jetzt ist es selbst erklärend, was ich euch versucht habe davor zu sagen. Kleine Stadt, große Träume am Herzen. Genau die beiden Brüder, die ihr gerade gehört habt herz voraus, Kleine Stadt, große Träume, alle sind auf diesem neuen Album, auf diesem... Tutel-Abo! Also ihr seht, für alle, die dies noch nicht haben, es muss vielleicht wirklich auch irgendwas Gutes drauf sein, wenn so viele Leute in Deutschland sich dazu entschieden haben, diese CD schon zuzulegen. Und deshalb würde ich euch auch bitten, genauso wie der André gerade schon gesagt hat, wenn ihr sie noch nicht habt, gebt ihr eine Chance, nehmt sie mit nach Hause und ich sage euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein, ihr werdet sie einfach laut aufdrehen. Und ähm... Es gibt ja auch noch eine Fanbox, die ist übrigens nicht nur für Fans, die ist für jeden, weil die ist sogar WM-tauglich. Denn in dieser Fanbox ist eine... Genau, eine Trillerpfeife. Die ist nicht nur WM-tauglich, sondern auch FCM-tauglich. Also ich meine, ihr müsst ja auch bei der Aufstiegsfeier irgendwie gehörig feiern und fighten können, oder? Ich meine, ihr sollt euch ja auch hören, ihr müsst mal richtig laut machen. FCM! Sehr schön! An den FCM! Und das sage ich als Halberstädterin, ja? Aber... Das ist schon... Das ist echt eine Leistung, deshalb Glückwunsch! So, ihr Lieben, ist auch ein Grund laut zu machen. Und zwar richtig laut. In dieser Box ist übrigens nicht nur die Trillerpfeife, außerdem übrigens auch noch in den FCM-Farben, Leute. Also, es ist noch ein Grund mehr. Die Trillerpfeife ist weiß mit blau. Und das Armband ist auch weiß mit blau. Hey, was? Ein Schildesbilder, ja. Ich denke, ich hätte mir da vielleicht... Nein, also es ist wirklich ein Zufall, aber ich finde, es ist ein guter Zufall, der mir heute erst auffällt. Also für jeden FCM-Fan sollte eine Mach mal laut Box Pflicht sein, ja? Und auch für die anderen. So, ähm... Zufall! Wo ich jetzt aber so viel von Mach mal laut gesprochen habe, vom Albumtitel. Äh, das Lied habe ich gemeinsam mit einem jungen Mann geschrieben. Ähm, der hat bestimmt schon riesige Konzerte hier in Magdeburg gegeben. Ähm, hat wahrscheinlich nicht nur Magdeburg, sondern auch schon die Welt gerettet. Und, äh, der gute heißt Tim Betzko. Und dieser Tim, der hat mit mir das Lied geschrieben, was, äh, dem schönen neuen Album den Namen gegeben hat. Nämlich, mach mal laut. Mach mal laut. Mach mal laut. Mach mal laut. Für alle, die auch noch kein Geschenk zum Muttertag haben. Diese Box, ja? Also es ist nichts für die... Es ist nicht nur was von FCM-Fan. Äh, FCM-Fan. Sondern auch für alle Muttis. Denn in diesem Lied geht es gleich. Da heißt es... Mama, mach mal laut. Mama, mach mal laut. Mama, mach mal laut. Mama, mach laut. Mama, mach laut. Mama, mach laut. Sehr schön. So, die drei, ihr könnt's schon hier, ihr müsst gleich auch mal singen. Denn... Mach mal laut. Der Titelsong zu meinem heutigen Album. Der soll heute unser Motto sein. Ich will mit euch laut machen. Magdeburg! Ich will alles in mir. Ich will alles in mir.